Ok, wir probieren wieder ein Live-Blitz-Game auf dem ICC. Sir Sinister heisst mein Gegner. USA Ah, das ist etwas speziell, er spielt. Ein sehr starker Standard-Spieler. Über 2000 ELO. Nicht gerade Blitzer, aber sicher sehr stark. Ich glaube, ich greife einen Springer hier an. Schauen wir was er macht. Aha, dann möchte ich auf F7 reinfallen. Das können wir verhindern. Jetzt machen wir hier die Bauernkette zu. Jetzt haben wir hier den Springer da hinten. Schach. Schach. Und wahrscheinlich noch das nächste Schach mit den Damen. Ich habe irgendwie alles noch kein Problem. Sieht zwar ein wenig speziell aus. Nein, ich greife hier ein E-Bau da. Ok, ich versuche jetzt seine Damen irgendwie aus dieser Diagonale zu holen. Ok, jetzt kommt Schach. Ich glaube immer noch kein Problem. Der Läufer zeigt jetzt auf die Damen. Ok, wie bringen wir das jetzt effizientest herunter? Schon ein wenig speziell, wie wir hier eröffnet haben. Ok, ich gehe einfach weiter mit meiner Entwicklung. Dann allenfalls wirklich so etwas hier. Dann ist sozusagen sein Angriff verpufft. Ok. Auf dem Schlag kann ich gleichzeitig gleich noch den Springer weiterentwickeln. Das zeigt dann hier auf E4. Und ich muss es gut decken. Schlag nicht. Ist irgendwo analogisch. Wurde ich auch nicht. Also. Da kann ich jetzt mit dem Läufer da hinten. Mal schauen, was da weiter kommt. Das sieht interessant aus. Aha. Ich greife die Damen wieder einmal an. Jetzt müsst ihr jetzt etwas Fluchtfällen machen. Sonst ist er gleich fertig. Also, ich glaube jetzt kann ich die Damen abtauschen. Jetzt ist er gezwungen zu tauschen. Also respektive nicht. Ich kann jetzt sogar Läufer reinstellen. Aber. Ok. Jetzt hat er sein Turn verloren. Jaja. Das war's. Ich weiss nicht, geht er gleich auf? Nein, noch nicht. Wir spielen noch weiter. Wir spielen noch weiter. Jetzt sollte er aufgehen. Merci fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.